Hallo zusammen, ich bin unterwegs aus dem Studio in AUSAM und wie immer kontrolliere ich ganze Aufnahmen im Auto. Das ist eine gute Referenz für mich, weil ich höre sehr viel Musik im Auto und ich kann sehr gut vergleichen. Macht richtig Bock, weil heute richtig geile zwei Studio-Jobs richtig gute Bands, richtig gute Songs und ich hoffe, bald alle diese Songs werden veröffentlicht, dass ihr Bandprodukt hören könnt. Ich kann euch ein bisschen was vorspielen. Morgen wird auch spannend. Morgen nehme ich auch zwei Songs von richtig guter russischer Band, und nicht nur Solos, komplett Rhythmus, Dopplung. Ja, Studio ist gut, aber Live-Konzerte vermisse ich sehr, sehr, sehr und ich freue mich total in September. Endlich spiele ich ein paar Live-Shows. Ich fliege nach Tschechien, Prag und Bad Reis und auch mit Almanac. Wir planen dieses Jahr ein paar Konzerte und ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!